Jeremiah, Jerbediah, hallelujah. Ja, der gute Mann. So, hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Stardew Valley mit Jerbediah, Jeremiah, Jerbediah, 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 Die Königin der Soßen. Grüße, ich bin's, die Königin der Soße. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheime Kochhof vor. Das Gericht der Woche ist gebackener Fisch. Immer wenn ich das esse, dann schmecken, das schmeckt richtig geil und meine Katzen, die werden immer total rallig, ne. Die klettern dann die Tapete hoch, reißen so alles mit ihren Kranen und sagen, Boah, ich bin ein Fisch, ich brauch den, das ist lebenswichtig. Ich brauch einen zweiten Koch allein, um die Katzen so einen Käfig zu sperren und festzuhalten, damit sie nicht die komplette Tapete von den Wänden fressen, weil sie so geil auf diesen Fisch sind. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Wir müssen einfach sicherstellen, dass der Fisch versteckt ist. Ansonsten sind die Katzen, die sind völlig außer sich und ich hab nur drei Stück. Stell dir mal vor, ich hab vier. Geht gar nicht. Du hast gelernt, wie man gebackenen Fische macht. Ob wir den zubereiten wollen mit einer eigenen Katze zu Hause, ist natürlich fragwürdig, aber wir könnten. So, dann schauen wir mal, wie es auf unserer Farm so aussieht. Da haben wir einmal einen Quartz, haben wir. So, das ganze Zeug hier wächst, ne. Das müssen wir jetzt nicht gießen, das passiert ja von selber. Wie sieht's hier unten aus? Ist da auch irgendwas frisch? Nee, das ist alles noch am Wachsen, also passt das soweit. Denn dann packe ich mal die Kohle hier rein, packe ich mal das Quartz da rein. Das Fossil bringen wir dann, äh... Unserem Freund und Hellelelfer. Ihr wisst schon wem, äh, dem hier, dem Rüdiger, wollte ich sagen. Äh, nee, wie heißt der denn? Günther? Günther, Günther heißt der. So, ich will jetzt mal gucken, ob ich Glück hab heute. Da hat's grad gewittert. Schön, da ist direkt der Blitz in meine Farm eingeschlagen. Ganz klasse. So, wie sieht's denn heute glückstechnisch aus? Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Ein bisschen glücklich bin ich heute. Mir ist schon glücklich, dass der Blitz nicht in mich eingeschlagen ist. Das ist wahrscheinlich dieses bisschen extra Glück, was wir haben. Schade, ne, aber mehr ist wahrscheinlich nicht drin heute. Ich brauch auf jeden Fall mehr Holz, also klappen wir hier nochmal die Bäume um. Och, da ist noch eine Heidelbeere oder sowas. Weinträume, der ist ja fast das gleiche. So, dann einmal weg mit dem Schmamsch hier. Wir brauchen ja 300 Holz, damit wir die Brücke reparieren können, wo wir dann den Superfisch fangen können. Den ober-Super-Megafisch. Mal gucken, ob wir den kriegen. Und, äh, Moment, hatte ich Post? Das hab ich jetzt gar nicht geschaut. Egal, ich klapp jetzt hier einfach mal ganz kurz die Bäume alle um. Ist ja eh noch zu früh mit einer Stadt irgendwas zu machen. Muss ja 9 Uhr sein, sonst sind die alle ganz doll sauer auf mich. Ja, bam! Da schlägt direkt der Blitz ein. Kann der auch in mich einschlagen? Kann der irgendwo einschlagen, wo es relevant wäre? Oder ist das einfach nur so ein schöner Effekt? Ich hoffe, der schlägt nicht in mich ein. Ich hab Angst vor Blitzen. Haltet mich fest. Haltet mich warm. Ich hab Angst. Äh, äh, was wollte ich denn jetzt hier gerade? Äh, eigentlich mal ein bisschen Zeug einlagern. Zum Beispiel die Fackeln brauch ich jetzt nicht. Das Papier brauch ich jetzt nicht. Ähm, so, genau. Und Holz und Harz brauch ich auch nicht aus dem, wenn ich sehen, wie viel Holz ich hab. Ich hab 211. Fehlen noch knapp 100. Und das Zeug kann auch weg. So, genau. Der ist da auch fertig. Könnte ich natürlich noch mehr Müll reintun. Da hab ich jetzt aber gerade keine Lust zu. Äh, gehen wir mal nordwärts. Gehen wir mal so eine schöne Runde. Dann ist es auch neu, wenn wir ankommen. So. Ich hab grad wieder vergessen. Irgendwas wollte ich grad tun. Ich hab's schon wieder verdrängt. Ich bin absolut nicht auf der Höhe heute. Wegen diesen ganzen Unterbrechungen. Aber was soll's? Irgendwas Wichtiges. Mh, da oben wächst was. Geil. Eine Gewürzbeere. Schön. Unser Hopfen wird von Hopfenkäfern befallen. Ja, und unsere Ernte ist in Gefahr, Milord. Ja, scheiße. Meine nicht. Das ist eher so ein Du-Problem, Chris. Nicht so ein Ich-Problem. Da musst du schon alleine mit klarkommen. Sagt dann der Verwalter. Stell dir mal vor, gehst du so zum Arzt. Ja, Entschuldigung, ich hab mir das Bein gebrochen. Können Sie mir helfen? Ja, das klingt jetzt halt eher nach einem Du-Problem. Nicht so wie so ein Ich-Problem. Ja, und dann hast du halt verkackt. Hier im Sternen-Tautaseln. Wir abgeschieden vom Rest der Welt. Ja, geil. Magst du Weintrauben? Danke. Geil. Robin, magst du Gewürzbeeren? Oh, danke. Geil. So, ist doch schön. Gut. Das war nicht das, was ich machen wollte. Irgendwas wollte ich gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Was ist jetzt auch verdammt egal. Ich geb jetzt erstmal bei Günter, Günter, Schmunter, ganz fröhlich, munter meinen Fossil ab. Und dann schauen wir mal. Was wollte ich machen? Ich bin auch schon so ein bisschen geistig dement. Merkt ihr? Das ist jetzt nicht mehr so alles auf der Höhe bei mir. Ein bisschen schwierig alles. Ein bisschen schwierig. So. Günter. Guten Tag, Günter. Ich würde... Ja, 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 ja. Das Gewitter. Ich hab's mitbekommen. So, Müll hat er ja auch nix. Oh, die Penny hat sich untergestellt. Hey, Penny, wie geht's? Ich werde reingehen. Ich brauch aber einen Moment Ruhe. Okay. Ach, scheiße. Die guckt mir zu, wenn ich im Müll fühle. Frech. Geh da mal weg. Ich will doch hier Günters geilen Abfall haben. Nicht wahr, Günter? Hier komm, Günter. Du kriegst meinen geilen Abfall. Hier so fossilien-technisch. Kann ich da einstellen. Passt der zusammen. Und ich krieg deinen geilen Abfall. So, so abfalltechnisch. Wie wär's? Nicht? Okay, schade. So. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich will gucken, ob ich Post habe. Weil ich ja vielleicht die neue Angelroute haben kann. Aber das können wir ja auch persönlich nachgucken. Nicht wahr? Also ich kann ja zum Beispiel hier jetzt bei Fähigkeiten auf Fischen. Fische sind mehr Geld wert. Das haben wir ja. Und ich hab auch gehört, wenn es regnet in der Stadt, dann kann man von dieser Brücke aus einen seltenen Fisch fangen. Stimmt das? Ja, so nicht. Vielleicht hier so. Ich guck mal. Als ob ich mit meiner kackangelnden seltenen Fisch fange. Das ist natürlich jetzt absolut undenkbar. Aber wir können ja mal so tun, als ob. Und mal schauen, ob das jetzt hier das hypothetische Was-wäre-wenn-Spiel, wenn ich jetzt immer einen geilen Fisch fange. Schauen wir mal. Es gewittert. Gute Möglichkeit, jetzt hier den Fisch zu fangen. Oder eine Zeitung. Mensch. Ist ja fast das Gleiche. Was soll man hier eigentlich sammeln? Ja, das kannst du vergessen. Clint, du bist ein Arschloch und ich sammle nicht für 200 Geld dir jetzt das ganze Kupferherz aus der Mine. Das kannst du aber sowas von knicken, Kollege. Ich habe gar keine Ahnung, wie sehr du das knicken kannst. Weißt du? Öfter, als man ein Blatt Papier knicken kann, bevor es den Mond erreicht. Was übrigens nur neunmal ist oder so. Nee, nee, nicht neunmal. Aber schon nicht so oft. Weil das verdoppelt sich ja immer die Dicke. Wenn man ein Blatt Papier faltet, hat das ja zweifache Dicke nach einmal falten. Und nach zweimal falten hat das ja dann die vierfache Dicke. Und das ist ja halt immer zwei hoch und dann wie oft du es gefaltet hast. Und das ist ein ganz schöner Arschlochfisch. Ey! Ey, ey, Fisch. Nicht cool. Und ja, wenn du das halt dann zwei hoch zwanzigmal oder so falbst, dann ist das schon ganz schön viel. Ja, weil zweimal 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 zwei und so weiter, das wird relativ schnell relativ groß. Da müssen wir mal rechnen, ne? Zwei hoch zwei ist vier. Zwei hoch drei ist schon acht. Und zwei hoch... Zwei hoch vier. Das ist dann sechzehn. Ja, ihr könnt alle rechnen. Aber ich hab euch das nochmal ganz toll vorgerechnet. So, was ist das denn hier? Ein geiler Hecht. Nicht schlecht, Herr Hecht. Äh, ja. Wir angeln mal hier ein bisschen im Rechen. Schauen wir, was wir so kriegen. Ich hier, glaub ich, trotzdem in die Mine gleich. Hm. Die obere Holzbrücke im Herbst. Ja. Da fang ich den legendären Herbstfisch. Okay, also nicht im Sommer. Gut, dann gibt's hier keinen Legendary Fisch. Schade drum. Aber guck mal, Grünalgen gibt's hier. Das ist doch auch was Schönes, ne? Manchmal muss man sich halt auch was Schönes holen. So, ich geh jetzt aber erstmal hoch in die Mine. Ich hol jetzt das Kupfer für den. Dann heult der nicht. Außerdem schlägt der Blitz in der Mine nicht in uns ein. Ich meine, wir haben zwar ein bisschen mehr Glück, aber ich will's jetzt nicht so drauf anlegen. Hm? Einfach mal ganz fröhlich hier hochspaziert. Nichts, äh! Hier geht's nochmal insieme. Und nicht. Hier geht's einfach. Und nicht. Hier geht's nicht. Naxstули durst hier seine Stich darauf. Okay. Gell, irgendwie herstellen? Nee, ne? Man muss jetzt im Dunkeln arbeiten. Manchmal ist das halt so. Manchmal ist man halt der gekniffene. So, da geht's tiefer. Einfach runter. Scheiß doch drauf. Da ist Kupfer. Oh ja, das sieht gut aus. Da klingt doch richtig das Herzlein auf, wenn er das sieht. Das macht den doch richtig feucht in der Hose. So. Nehmen wir mal mit. So, Chris listet mir gerade die legendären Fische auf. Das ist ganz nett. Was hat er denn da? Frühling am Bergsee, Sommer am Strand. Dafür die Brücke. Ja, die Brücke, die holen wir uns. Herbst da an der Holzbrücke und Winter an diesem Hutladen, ja. Hut frei, würde ich dann mal sagen. So, einmal mal durchgehackt hier. Hallo. Dürfte ich mal eine Leiter haben? Hier gibt's keinen Kupfer mehr. Doch, da. Ich seh da hinten aber auch schon wieder einen von den Mumientypen. Ob ich den jetzt unbedingt haben will, weiß ich nicht. Warte, ich hab Eisenerz gekriegt. Ich hab Eisenerz gekriegt. Kinder, hier gibt's Eisenerz. Ah. Geh da weg. Was will der denn? Warum sterben die denn auch immer so lange? Wenn die HP haben, die bräuchte ich eigentlich ein besseres Schwert. Müsste ich mich da mal irgendwie ausrüsten? Wenn ich da massiv under-equipped, kann das sein? Kann sein, ein Stein. So, schauen wir mal. Diese Kirschbomben. Ja, komm. Kirschbomben, Plomben, die sind mir zu teuer. Machen wir nicht. Ich verprügel die einfach in einer halben Stunde Kleinstarbeit. Hier einfach so. Zack, zack, zack. Manchmal kritisch ja auch, ne. Sieht aber eher nicht so gut aus gerade. Sollten wir vielleicht mal heilen. Fledermausflügel. Das Problem ist ja, dass es so dunkel ist und ich nicht sehe, wo ich hinhaue. So, jetzt ist er tot. Eisenerz. Ach, der droppt das Eisenerz. Mensch. Bessere Waffen krieg ich beim Angeln hinterhergeworfen? Wo krieg ich denn beim Angeln ne Waffe her? Oh, ne Geode. Äh. Wo will man denn beim Angeln ne Waffe finden? Kann ich hier auch mal ne Leiter haben? Ne, kann ich natürlich. Doch, da. 37. Süßig. Äh. Mein Schwert, mein Schwert, mein Schwert. Danke. Oh, das ist schön. Das ist schon mal ne Leiter. Schau nochmal, ob es hier ein bisschen Kupfer gibt. Wenn nicht, gehe ich da direkt runter. Fledermausflügel. Ich soll vielleicht mal den Hecht essen, ne. Der Hecht ist so viel Geld wert. Ich will den nicht essen. Er ist, glaube ich, die Alge. Schmeckt ja auch, ne. Also, schmeckt jetzt nicht so, aber wir können so tun, als wenn es schmeckt. Der Jeremiah, der kennt da ja keinen Unterschied, wenn wir so tun, als wenn es geschmeckt hätte. Bauchkraulen tut er hinterher immer. Ne, so, so, so als Selbst-Ei-Ei. So schlimm war es ja gar nicht. Aber, passt doch. Hier ist noch Kupfer. Ach, so viele von den Viechern hier wieder. Äh. Die wollen es aber auch eigentlich gut bleiben lassen, ne. Die laufen einfach so ein Zeitpunkt auf mich zu und wollen Stress. Aber wirklich rankommen zu uns nicht, wenn ich einfach so mache. Jetzt ist ja auch mal gut hier. Ja, danke, ein Stein. Und noch ein Eisenerz. Aber wenn wir so weitermachen, kriegen wir ein bisschen Eisenerz beisammen, ne. Ich höre da irgendwas Blödes. Da hat irgendwer ganz laut gekreischt. Das macht mich ein wenig... Aua. Fledermaus. Oh, noch eine. Wo kommen die denn jetzt alle her? Sind das jetzt die Neuen hier von diesen komischen... Was waren das vorher? Fliegen? Bienen? Ihr wisst, was ich meine. Sind das jetzt so der Ersatz dafür, dass die jetzt nicht mehr kommen? War ja eigentlich sehr froh, dass die weg sind, aber scheinbar nicht. Was haben wir denn jetzt hier sammeln? Äh. 20 Kupferhals. Wie viel habe ich mitgenommen? Neun. Och toll, einer fehlt. Natürlich fehlt einer. Was erwarte ich eigentlich? So, gehen wir mal einen tiefer. Ja. Mehr gibt es hier auch nichts Schönes zu holen. Was ist noch mal eine Kiste? Wie still? Harz. Harz und Quarz. Gibt es hier alles reichlich. Die wollen doch einfach nicht sterben, die Viecher, ne. Kohle und Stein. Naja, ich meine, wenigstens droppen sie halbwegs interessantes Zeug. Hier ist Kupferhals. Perfekt, dann haben wir alles. Äh. Jetzt würde ich nur noch Ebene 40 erreichen, weil ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch machen. Da ist nochmal so ein Erdkristall und noch ein Quarz. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Also. Dange. 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 Oh, Karotten noch. Also diese komischen Höhlenkarotten. Die laden uns ja auch ganz gut auf. Ich glaube, davon verschreise ich dann gleich mal eine. Die sind, glaube ich, auch nicht so viel Geld wert wie halt der Hecht. Der Hecht von Specht. So, Höhlenkarotte. Einmal reingepfiffen, das Scheißteil. Lecker ist es. Also, ist es nicht, aber... Ach, ne. Geh mal weg. Kannst du nicht woanders blöd sein? Nein, nicht vor vier. Ja, schade. Äh. Dann geht's hier irgendwo abwärts. Ich will jetzt hier einfach weg. Tiefer bis 40 und dann hauen wir ab. Mumie. Echt nicht. Ach, der hat aber natürlich auch nichts dabei. Ich will einfach nur so eine Leiter. Mehr nicht. Da, danke. Schön. Was ist noch mal eine Kiste? Geh, steh. Hm. Also gekriegt habe ich jetzt nichts. Aber der Versuch ist, was zählt. Nicht wahr? Manchmal muss man halt gucken, dass man nimmt, was man hat. So. Leiter bitte. Da ist Kupfer. Oh, ne Menge. Ne Geoda auch nochmal. Kupfer. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich esse die andere Höhlenkarotte auch mal. Sonst stirbt er uns hier gleich wieder weg, der Drabbit da, ja. So. Äh. Äh. Da. Hallo. 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 Keine Leiter. No, no. Ach, so eine blöde Mumie wieder. Ey. 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 Sterben, 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 sterben. Dankeschön. Wenn die wenigstens konstant dieses Eisenerz droppen würden, dann würde es sich wenigstens lohnen, gegen die zu kämpfen. Aber man prügelt einfach so drei Stunden auf die einen. Und reißt denen jedes einzelne Stück Klopapier von ihrem Mumienkörper runter. Und was kriegt man dafür? Nichts. Kriegst du in die Hand geschissen, kriegst du dafür. Äh. Ich höre doch schon wieder so. Da, ja. Schon wieder einer. Schaut mal. Den ärgere ich jetzt hier zwischen die Steine zwischen. Ich habe gerade 16 Schaden mit einem Schlag gemacht. Dann stirbt der. Ich kriege ein Stück Kohle und dann weinen wir alle. So. Ich weine zuerst übrigens. Ihr dürft mir dann folgen. Hä, hä. Und dann nenne ich noch einer. Meine Güte. Ich will nur kurz auf Ebene 40 runter. Ist das zu viel verlangt? Ja, ist es, ne? Wie blödes Stück Mumie. Geht da weg. Geh einfach weg. Dankeschön. Und natürlich hat er keine Leiter gedroppt. Oh, ne Eisenerz. Die droppen also auch so jetzt inzwischen. Ganz normal. Oh, Kupfererz. Stein. Stein. Noch ein Stein. Ich bin langsam erschöpft. Ich sollte vielleicht mal was essen. Habe ich denn noch irgendwas? Ich habe noch eine Brasse. Klasse Tasse Unterbrasse. Dann essen wir die noch. Brasse. Sehr brassig. So. Leicht brassig im Abgang. Oh, hier unten geht es weit. Ne, geht es nicht. Vergiss die craftbare Treppe nicht. Ja, ich kann die Treppe craften für 99 Steine. Ich crafte mir jetzt keine einzelne Treppe für 99 Steine, Chris. Das ist mir viel zu teuer. Ich bin langsam erschöpft. Da muss der Hecht wohl auch dran glauben. Wenn jetzt hier nicht langsam eine Treppe auftaucht. Ja. Tut mir leid, Herr Hecht. Sie schmecken halt auch ganz gut. Ich meine, es wird ja wohl nicht zu viel verlangt sein, hier irgendwo mal eine Treppe zu kriegen. Nö. Nö, nö, nö. Gibt es nicht. Der Stein sieht sehr verdächtig aus. Du gibst mir eine Treppe, oder? Nein. Fuck. Und du? Nein. Nope. Nö, nö. Na, noch mal eine Geode. Ich meine, habe ich jetzt mehr Geoden? Ich meine, hey, Geoden. Aber ich habe auch nichts mehr zu essen. Also, wenn jetzt nicht langsam mal eine Treppe auftaucht, bin ich ganz schön gekniffen. Irgendwo muss doch eine sein, oder? Da ist eine. Da. Ah. Eine Schleuder. Hofbuch aktualisiert. Auf zum Grund. Erreiche den Grundtermine. Benötigt Steine als Munition. Steine, aber wahrscheinlich so gecraftete Schusssteine, richtig? Nicht so normale Steine. Ach, es ist schon 23,50. Scheiße, ist das spät. Viel zu lange gebraucht hier. Bin gleich wieder der gekniffen. Und gewittern tut es auch noch. Ah. Kacktag, ey. Ja, es wird spät. Ich habe es mitbekommen. Und ich brauche normale Steine, um das zu schießen. Ja, ich will aber meine Steine nicht verbrauchen. Steine sind immer so ein bisschen blöd zu farmen. Das ist immer nervig. Muss ich mal in die Mine. Ich will nicht immer in die Mine. Mine ist kacke. Keiner mag die Mine. Ja, ja, es ist spät. Komm, wir gehen ins Bett und dann ist gut. Dann weint der Jabbedire hier auch nicht. Ja, ja, ja. Ich habe es mitbekommen. Was auch immer hier los sein soll. Alles wieder kacke. Scheiß Fahr mal leben, ey. Ich gehe wieder in die Stadt und fahre irgendwie Motorrad oder sowas. Ja. Das ist besser. So, einmal schlafen. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Energie ist natürlich nicht ganz voll, weil wir natürlich zu spät ins Bett gegangen sind. So. Was haben wir denn hier? Der Wahrsager. Was sagt der denn? Ja, der einzigen Show mit den Stimmen der Geister, die heute leicht verstört sind. Deswegen machen wir besser nicht die Dioden auf. Und morgen wird es auch sonnig. Genauso wie heute. Das heißt, er darf es auch wieder drei Stunden gießen. Toll. Aber Post haben wir. Komm beim Laden vorbei und schau auf die neuen Angeln, die ich verkaufe. Das sind die besten, die man mit Geld kaufen kann. Und du kannst ihn mit verschiedenen Ausrüstungsteilen ausstatten. Hoffentlich bis bald. Ja, genau das wollte ich doch haben. Danke, Willi. So, wie sieht es hier aus? Oh, Radieschen sind fertig. Sehr schön. Radieschen sind sehr nah oft. So. Äh. Was ist denn das hier? Ist das eine Pflanze? Ist das eine Mittelmaß? Oder ist das... Ist das dann nichts? Ist das wahrscheinlich nichts, ne? Nee. Gut, erstmal gucken. Kann ich hier drüben noch was ernten? Nö. Das muss alles gegossen werden, aber... Mach morgen, Schnaubert. Dankeschön. Einmal alles ganz in Ruhe gießen hier. Ich hab nicht genug Geld. Wie teuer ist denn die Angeln? Kannst du mir das mal sagen, bevor ich da hingehe und mich zum Affen mache? Ich möchte wissen, wie teuer. Nenn mir einen Preis, Willi. Und nenn mir einen fairen Preis. Ansonsten mache ich dein Angelgeschäft zur Hölle. So. Ich hätte gerne noch mehr Holz. Wir brauchen ja auch dringend mehr Holz, um die Brücke zu reparieren. Ich brauche dringend mehr Geld. Wir wollen ja auch noch einen Hühnerstall haben. Wir wollen so einiges haben. Aber heute müssen wir erstmal schauen, dass wir, was weiß ich... Wer war das? Der Barkeeper. Der hat Geburtstag. Der kriegt von mir ein schönes Radieschen zum Geburtstag. Da freut der sich. 7.500. Das ist teurer als der Hühnerstall, ne? Aber es lohnt sich wahrscheinlich auch bei der Angel mehr. Werden wir sehen. Werden wir sehen. So, einmal hier. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Dann einmal so. So. Ach ja. Das dauert ja auch immer drei Jahre, bis man alles gegossen hat. Ich brauche dringend Sprinkler irgendwann. Wie viel Eisenerz haben wir denn jetzt? Vier? Ich habe noch vier. Ich kann mir schon mal einen Sprinkler... Äh, einen. Ja. Ganz klasse. Aber ich kann schon mal noch ein Eisenerz durchbraten. Das mache ich jetzt eben auch mal. Das hier mal rein. Quarz mal mit rein. Gioden schon mal mit rein. Erdkristalle mit rein. Kohle mit rein. Genau. Und Kupfer jetzt auch. Ah, halt. Haben wir noch die Quest vom Schmieden? Nein, die ist jetzt natürlich ausgelaufen. Ah. Ja, das Einzige, was ausgelaufen ist, sind die Schurz vom Bürgermeister. Äh. Das hat sich ja gelohnt, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich habe das extra gemacht, damit wir es noch machen können. Und jetzt können wir es nicht mehr machen. Hi, Schnorbert. Ich bin ein wenig genervt von der Situation. So, das da rein. So. So, dann müssen wir den ganzen Spaß hier unten noch gießen. Richtig? Richtig. Aber Moment, das Weizen ist fertig, ne? Das machen wir mal so. Äh, ich brauche noch mehr Saat, ne? Ist ja alles fertig jetzt hier. Äh. Stressig alles. Stressig. So, einmal so. Einmal so. Und das sind die Blaubeersträucher hier, ne? Da kann ich durchrennen. Das ist immerhin ganz nett, dass ich hier durchrennen kann. Oh, nicht Billy gießen. Billy braucht keinen Guss. Billy braucht einen Aufguss, ja. Verpasst Billy mal einen ordentlichen Aufguss. Der freut sich. Die Sonnenblume da drüben darf ich nicht vergessen. Die braucht auch Guss. Äh. Hörst du mal auf, bitte neben den Zaun zu gießen? Jeremiah, der strengt sich auch echt nicht an, der Freund, ne? Das ist ja... Er gießt alles außer seine Pflanzen. Gleich gießt er doch seinen Kater. Dann muss er sich auch nicht wundern, wenn er die fetten Kratzer im Gesicht hat später. Wo kommt denn das her? Ist das Farbenleben so anstrengend? Hast du viele Dornenbüsche? Ne, ich gieße jeden Morgen meine Katze. So, wie es dich gehört. Ja. Musst du dich nicht wundern, Jeremiah. Musst du dich echt nicht wundern. So. Haben wir dann auch mal alles gegossen? Ist das da auch fertig, die Pflanze? Ne. So. Dann gibt es jetzt gleich meine geilen Geburtstagsradieschen. Für wen auch immer. So, einmal die Fackel rausgesammelt. Dankeschön. Drei Stück sind es sogar. Nicht schlecht. Ja, Schnorbert auch gerade wieder völlig außer sich. Kann ich verstehen. So. Ich packe nochmal das ganze Monsterzeug hier rein. Und was ich hier noch habe? Stein, Ahorn, bla bla bla. Und Fledermausflügel und Monsterfleisch. Und Holz habe ich noch. Damit haben wir fast... Ja, das passt schon. Radieschen mal hier oben rein. Die verschenken wir dann. Echt. Ich fange untenrum an, eine Runde zu drehen. Ich habe eine Pflanze. Ja, ich sehe den. Da steht der. Der kann ruhig sterben. Der hat nichts getan für uns. Der Eisenbahn holt ich später raus. Äh. Ja. Ne, das passt. Ich würde sagen, ich gehe erstmal untenrum bei Mani. Dann kriegt Mani das erste Radieschen. Man sagt... Ihr wisst ja, was man sagt. Ne. Wer frei von Schuld und Sünde ist, der soll das erste Radieschen essen. Und Mani ist frei von Schuld und Sünde. Die ist einfach nur eine dicke, freundliche Tierfrau. Und deswegen kriegt die jetzt unser erstes Radieschen. Da sind Würmer. Hallo Würmer. Hm. Lehm. Ich meine, werden wir auch irgendwann brauchen den Lehm. Also passt das. Also wir drehen jetzt die Runde. Als erstes kriegt Mani. Danach gehen wir halt zu dem Typen aus dem Saloon. Weil der hat ja Geburtstag. Der kriegt auch ein Radieschen. Hallo. Du hast Jess schon ein Geschenk gegeben? Ja, egal. Äh. Wo ist Mani? Mani ist nicht da. Kann ich hier kurz... Nein, du bist nicht gut genug mit Mani. Ich will mich doch da bloß reinschleichen. Mensch. Jess. Jess, erzähl mal. Wie kann ich da denn rein? Ist das ein Geschenk? Oh. Oh, so ist meine Tante Mani. Ich habe dir gar kein Geschenk gegeben. Achso, und die mag Radieschen gar nicht. Ah, stimmt. Die mochte gar kein Gemüse. Wer mag denn bitte kein Gemüse? Geh mal zur Abenteurer-Gilde, sagst du? Machen wir, machen wir. Hallo. Ich habe heute Morgen ein paar wilde Früchte gefunden. Ja, ich habe Radieschen geerntet. Ne, danke. So. Ich verteile mal meine Radieschen an alle. Hallo. Na, mein Kleiner. Was ist denn nicht besonders? Der mag einfach kein Gemüse, der Junge. Danke, das versüßt mir meinen Tag. Der Kackjunge. Bei dem bin ich bestimmt auch richtig unten durch, weil er einfach das Gemüse nicht mag, ne? Ja. Ne. Die Kinder hassen mich. Einfach, weil die mein Gemüse nicht wollen. Soll ich denn jeden Tag ein Eis kaufen, oder was? Ach, Kinder, ey. Auch richtig undankbar hier alles. Ich gehe mal Emily ein Radieschen geben. Die freut sich. Emily? 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 Da ist sie. Emily? Magst du Radieschen? Mochtest du Radieschen? Danke. Ich will eine positive Energie. Ja, das ist schön. Red mal mit mir. Hayley ist beim Essen sehr wählerisch. Oh, das ist mir doch egal. Tschüss, Emily. Gut. Zur Abenteurer gilt es euch auch. Ja, ich drehe heute mal eine schöne Runde überall hin, wo wir mal hingehen wollen. Hallo. Ein zarter, kleiner Sonnenstrahl mit einem Radieschen. Warum reden die alle erst mit mir, wenn ich sie nochmal anspreche gerade? Das ist für mich fabelhaft. Das ist schön. So. Äh, bitte. Hallo, Marnie. Ja, irgendwie ist das hier ein bisschen verbuggt gerade. Kann das? Danke dir. Ich liebe Tiere, Herr Jeremiah. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden wir gute Freunde. Ja, ich kann mir leider noch keine Tiere erlauben. Ich habe noch keinen Stall. Aber danke der Nachfrage. Es kommt noch. Wir sind auf dem Weg. Wir sind definitiv auf dem Weg. Hallo, Herr Barbesitzer. Du hast doch heute Geburtstag. Erfreut dich an diesen besonders schönen Radieschen. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert? Das freut mich. Danke. Hallo, Jeremiah. Ich bin froh, dich zu sehen. Ja, ja. Dein komisches Videospieler. Ich bin scheiße übrigens. Schön, dass wir darüber reden konnten. So. Schöne Geschenke verteilt. Da freuen sich alle. Riffbarsch. Oh, nicht schlecht. Da ist Oma. Hallo, Oma. Magst du Radieschen? Ach du meine Güte. Dankeschön. Ja, das ist ja schön. Den Barsch will ich behalten. Das ist meine. Hallo. Glaubt ihr, Opa mag Radieschen? Danke. Scheinbar. Scheinbar mag Opa Radieschen. So. Äh. Quest gibt's eine neue. Hallo. Ein Schleimdiger zum Erlegen von sechs Frostgelees. Ja, nee. So weit gehen wir nicht runter. Hallo, 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 hallo. Hier ein Geschenk. Ach du meine Güte. Bist du sicher? Jo, jo. Machen wir. Machen wir. Halli, hallo, hallöle. Entschuldige, ich hab keine mehr übrig. Schau dich um, ich bin sicher, du findest was. Ach, okay. Hallo, Shopbesitzer, na? Ich habe jetzt Sommersaat. Ja, danke. Brauch ich nicht. Aber danke. So. Äh. Jetzt haben wir hier alles gemacht. Jetzt soll ich zur Abenteurer-Gilde. Dann machen wir das mal eben. Dann gehen wir hier mal hoch. Da ist noch was zum Sammeln. Eine Edelwicke. Hehe. So, hallo. Ich geb dir das Radieschen. Das magst du doch. Danke dir. Das sieht speziell aus. Wusstest du, dass meine Mutter total auf Pastinake steht? Damit würdest du ihr eine Freude bereiten. Oh. Hallo, Maru. Hm. Welchen Art Apparat soll ich diesen Sommer erfinden? Bau einen aus dieser Pflanze. Super, danke. Das sind noch mal Würmer. Also heute haben wir allen eine Freude gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Drei Kupfererz von den Würmern. Da unten sind noch mehr Würmer. Da hab ich noch mal runter. Die Würmer nehme ich gerne mit, wenn ich sie sehe. La di da di da. Wurmi, Wurmi, Wurmi. Äh. Da. Ich find von Ebene 40 auf 41 runter schon ein bisschen frech. Das ist mir ein bisschen zu weit. Das ist anstrengend. Das machen wir nicht. Ne, ne. Ich will aber heute auch nicht in die Mine, deswegen. Wenn wir das morgen noch annehmen können, schön und gut. Aber heute mach ich das nicht. Ich geh jetzt erstmal zur Abenteurer-Gilde, weil ich da mal hingehen soll. Wahrscheinlich krieg ich da irgendeine Belohnung dafür, dass ich genug Monster getötet hab. Keine Ahnung. Werde ich mal sehen. Hallihallo, hallöle. Wo ist denn hier die Abenteurer-Gilde? Ne. Ich brauch auch 4000 Geld, ne. Das will ich jetzt erstmal spannen, wenn du ein Hühnerstall hast. Abigail und Linus. Hallo, Abigail. Mein Meerschweinchen... Mein Meerschweinchen David hasst dieses heiße Wetter. Er ist empfindlich. Bist du das Meerschweinchen? Ich habe eine Reihe. Ach, zieh euch den Morgen, ne. Willstolzieren sehen. Das sind die Schätze des stillen Lebens. Ja, hier hast du ein bisschen Weizen. Ja, danke. Bitte, bitte. Da baut er sich ein Haus draus. Ganz bestimmt. Erdbeeren gibt's aber im Sommer nicht. Erdbeeren gibt's nur im Frühling. Das geht das nicht. So, Abenteurer-Gilde. Was ist denn jetzt hier los? Erzähl mal. Ich kann mir neue Waffen kaufen, da hab ich aber kein Interesse dran. Ich find meine Waffe ganz doll. Stahlkurs, Schwert. Zeig mal, was macht denn das? 4-8 Schaden, 2 Geschwindigkeit. Ich könnte mir natürlich jetzt eine richtig dicke Waffe kaufen, ne. So ein Holzhammer. Oder ein Entermesser, aber... Da hab ich jetzt gerade keine Lust zu, ne. Was steht denn hier? Ich hab ja noch nichts fertig. Ne. Und was sagt Opa hier? Komm wieder, wenn du was zu zeigen hast, Kind. Ja, tut mir leid, ich will kein neues Schwert. Ich hab das Geld gerade echt für andere Dinge im Kopf. Ich hack jetzt noch mal ein bisschen Holz. Holz, Holz, Holz. Ich will die Brücke reparieren. Einmal weg damit. Dankeschön. Dann angele ich hier nochmal. Muss man mal schauen. Nee, 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 nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Erdbeeren im Frühling waren, weil ich hab jetzt bisher nur Frühling gespielt und da gab's die. Und da das ja alles so jahreszeitenabhängig ist, denke ich nicht, dass es die jetzt schon wieder gibt. Ein Kaulbarsch, geil. Ich soll vielleicht gleich mal was essen, sonst kippt der uns hier schon wieder vom Fleisch, der Junge. Das ist halt nicht so der stärkste Typ, der Jeremiah. Der gibt sich zwar Mühe, aber manchmal geht's halt einfach nicht so gut. Und manchmal meine ich so tagtäglich. Also ziemlich jeden Tag. Jeder Tag ist manchmal. Und das Leben ist ziemlich teilweise. So. So, einmal den Barsch rein und dann hau ich den Baum hier direkt noch vor der Abenteuerer Guild um. Die freuen sich auch. Da kann ruhig alles weg. Dankeschön. Ich werde jetzt wohl langsam mal genug Holz haben, oder? Wie viel hab ich denn jetzt nochmal? 34? Wie viel hatte ich vorher? 250? Dann brauch ich noch einen Baum oder zwei. Dann aber erst mal nach Hause, glaube ich. Das ist am sinnigsten. Dann kann ich mir da nochmal ein bisschen was rein snacken. Ein bisschen neue Saat könnte ich auch gebrauchen, aber dafür ist es schon zu spät. Jetzt müssen wir also mal anders... Ach, Moment. Ich hab eine bessere Idee. Hier oben ist doch das Spa. Dann gehen wir da einfach mal ganz kurz hoch. Einfach mal hier. Kurz in den Spa rein. Ein bisschen auffrischen. So in zwei, drei Stunden. Dann haben wir heute Abend noch genug Energie, um die ganzen Bäume umzuklatschen. So. Dann repariere ich morgen früh gleich die Brücke. Das ist doch ein guter Plan, oder? Dann machen wir das so. Einmal rein hier. Nackiger Jeremiah. Das ist doch schön. Das lässt uns doch alle das Herz erblühen. Wenn man Jeremiah in seiner vollen Pracht sieht. Das ist richtig, richtig schön. Gut. Einmal rein da. Schön stehen bleiben, sonst zählt das nicht. Das ist wirklich so halb voll reich der. Ich meine, so viel Zeit haben wir auch nicht mehr für Zeug. Wird er nicht ohnmächtig, wenn er zu lange im heißen Wasser ist? Ich meine, das ist ja oft so. Das ist nicht so geil. Melonen geben gut Cash. Ich habe gehört, Blaubeeren sollen ganz gut sein. Ich habe ja ordentlich Blaubeeren. Das Problem ist, die brauchen halt erst mal zwölf Tage oder so, bis die erst mal wachsen. Und wenn die dann ausgewachsen sind, sollen die aber sehr viel Geld geben. Muss man halt mal schauen. Ich habe ja einiges auf dem Weg. Wir haben ja viele Pflanzen. Müssen wir einfach sehen. Ist ja nicht schlimm. Also ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich gerade habe. Wir kriegen das schon hin. Denke ich. Hoffe ich. So, ich mache mal hier. Kann ich das wegmachen? Das ist doch einfach im Weg hier. So, einmal weg das. Genau, hier. Das gibt ja auch Holz, wenn ich das weghacke. So, den Baum. Der, 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 der kriegt er auch. So, einfach mal hier weggehauchen. Der Baum kriegt jetzt auch noch. Den Spaß seines Lebens. Eine gemischte Saat habe ich gefunden. Die können wir auch noch einpflanzen. Wenn wir sonst nichts haben, pflanze ich halt eine gemischte Saat. Was soll's? Keine Ahnung, was wir da rauskriegen. Aber wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Da drüben ist noch mal ein Baum. Da drüben ist noch mal ein Baum. Ja, noch eine gemischte Saat. Ich glaube, ich sollte öfter vielleicht mit der Sense mal so Gras weghauen. Dann kriegen wir vielleicht ein paar Saaten. Da ist ein Frosch gewesen. Hallo, Herr Frosch. Genau, da gibt es hier das ganze Holz mal weg. Holz, 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 ich und mein Holz. Hier oben gibt es ja noch ordentlich Bäume. Also damit habe ich dann definitiv genug Holz dann. Ein Blaubeeren droppen mehr als nur eine. Aber da kann ich auch Marmelade draus machen mit meinen Fässern. Also mit meinen Fässern kann ich ja einiges machen. Ich glaube, da will ich auch noch mehr von aufstellen. Weil das, was ich aus den Fässern rauskriege, ja dann noch mal viel mehr wert ist, als das, was ich ohne die Fässer habe. Was brauche ich denn noch mal alles so für die Fässer? Ich schaue mal ganz kurz. Für so ein Fass brauche ich Holz, Steinkohle. Da dürfte ich ja wohl noch genug haben, um noch mal ein Fass aufstellen zu können, oder? Nachdem ich die Brücke repariert habe. Versteht sich. Aber an Holz stocke ich ja ordentlich auf gerade. Ich glaube, an Steinen mangelt es gerade bloß ein bisschen. Deswegen hacke ich jetzt hier auch noch mal alle Steine weg, die hier noch so liegen. Sieht ja auch schöner aus hier oben, wenn die ganzen Steine weg sind. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Hier noch. Marmelade soll gut Geld geben. Jaja, das habe ich auch gehört. Meinst du, Blaubeermarmelade gibt gut Geld? Wahrscheinlich Erdbeermarmelade, ne? Erdbeermarmelade ist ja so high life. Blaubeermarmelade wahrscheinlich eher weniger. Weil Blaubeermarmelade auch recht lecker ist eigentlich. Verstehe ich jetzt nicht, warum die da jetzt so knausern. Antike Früchte aufheben, bis ich Wein draus machen kann. Ich glaube, ich kriege ja da wahrscheinlich eh erst mal nur eine. Ich glaube, da hebe ich erst mal auf, bis ich da so ein Saatguterzeuger-Ding bauen kann. Das kann ich ja noch nicht. Ne, kann ich noch nicht. Aber da kann ich ja dann eine Frucht reintun und kriege dann irgendwie so zwei, drei Saaten wieder raus. Oder so war das. Und das würde ich halt sehr gerne machen, wenn das dann später geht. Aber das ist ja alles noch gar nicht möglich. Müssen wir halt mal schauen, was ich so für Früchte kriege noch. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Holz. Holzi, Holz. So, dann lagere ich das gleich alles mal ein. Genau, ich habe ja noch meinen Eisenbarren. Schauen wir, was wir mit dem machen. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen. So, einmal eingelagert. Eisenbarren. Die gemischte Saat pflanze ich gleich noch ein. Clay, das Zeug, das Zeug. Holz habe ich über 300, das ist gut. Fibers habe ich noch. Gemischte Saat pflanze ich ein. Kohle noch mal mehr. Und ein Kaulbarsch. Wie schön. Packe ich jetzt mal in die Kiste. So. Und dann kommt die gemischte Saat hier oben noch in die Ecke. In die vier Felder. Wird sich zeigen, was da rauskommt, ne? Einmal gegossen. So viel Energie hat er ja wohl noch, der Arme. Ja, das ging noch so, ne? Aber dann muss man vorsichtig sein, ne? Viel mehr ist nicht mehr so drin. Ja, komm, mein ganzes Zeug kann ich eigentlich mitnehmen. Gut. Genau, hier ist alles fertig. Peperoni-Gelee haben wir jetzt. Da kann ich noch was Neues reintun. Peperoni-Gelee verkaufe ich. Definitiv. Einmal rein da. Was habe ich denn noch, was ich da reintun könnte? Kann man da Weizen reintun? Und dann irgendwie Bier oder sowas herstellen? Dann werden wir sehen. Ansonsten versuche ich mal irgendwas anderes hier. Also wir haben ja noch einiges an Zeug. Ich gucke mal, was da so reingeht, ne? Also wenn Weizen geht, nehme ich auf jeden Fall erstmal Weizen, weil das ziemlich kostengünstig ist. Ne, Weizen geht nicht. Die Blume geht auch nicht. Die teure Peperoni. Ach komm, scheiß drauf. Und Frühlingszwiebeln geht nicht. Wilder Meer rette ich auch nicht. Oh, scheiße. Dann habe ich jetzt nur ein Ding an. Ja, dann mehr dazu morgen. Weil ich habe jetzt, glaube ich, nichts da noch drin in der Kiste, was ich unbedingt loswerden möchte. Ne, Blumenkohl könnte ich einlegen lassen. Na komm, mach mal eingelegten Blumenkohl. Blumenkohl ist doch eigentlich ganz schön. Hm, blumenkohl. So, perfecto. Dann können wir ins Bettchen. Nachts Schnorbert. Einmal schlafen, bitte. Sammeln, Level 4. Axteffektivität und Wildbeerenernte. Können jetzt einen Kohlebrennofen machen und wilde Saat herstellen. Was nicht schlecht ist. Spezialisiert. Oh, doch, das Peperoni-Zeug hat aber 130 Gold pro Stück gegeben. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay. So, Tag 9. Dann schauen wir mal. Ihr streitet euch mal, was lukrativer ist. Ich freue mich, wenn ich Obgeld kriege. So, wilde Saat, woraus crafte ich die denn? Aus einer Gewürzbeere, einer Weintraube und einer Edelwicke. Och, Mensch. Genau. So, auf jeden Fall neuer Tag. Ist wahrscheinlich wieder schön sonnig. Ich gucke jetzt mal, was im Fernsehen so läuft. Schön Morgen Fernsehen zum Kaffee. Wahrsager, was sagst du denn heute? Halleluja. Heute sind die Geister etwas genervt von mir. Da will ich natürlich jetzt nicht drauf anlegen und gleich die Geister nochmal richtig off-facken. Deswegen lassen wir das. Oh, schaut mal hier, das ganze Zeug ist fertig. Weintraube, Edelwicke, Gewürzbeere, Edelwicke, Edelwicke, Weintraube. Oh, ganz viel Zeug. Sehr schön. Richtig viel Zeug. Hi, Schnorbert. Miau. Jawoll. Schnorbert ist ein guter Junge. So, dann einmal aufgetankt hier. Danke. Gut, heute werden wir da... Ja, gut, du hast sogar richtig gegossen. Schön. Ähm, dann kaufe ich heute noch mehr Saat, weil wir haben jetzt wieder viel frei, wo wir noch was anpflanzen können. Das war jetzt auf jeden Fall ne Menge Zeug, was wir gekriegt haben. Das hebe ich mir jetzt erstmal auf, weil ich weiß ja nicht, wofür man das nochmal gebrauchen kann. Ah, ha, 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 so. Einmal hier noch drüber, da noch drüber. Sprinkler wären echt schön, ne? Was kann ich denn mit Eisenbarren noch so machen? Ich meine, eine zweite Recyclingmaschine brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Die eine reicht mir für das Zeug, was wir haben, weil so viel Müll haben wir jetzt auch nicht. Und ich kann da immer mal wieder was reintun, was ich übrigens gerade mal während ich gieße machen sollte. Also, mir kurz ran, neue Pepperonen, die sind auch fertig. Äh, Pepperonen, ja. So, einmal rein hier. Äh, so, dann einmal mein Müll. Was haben wir denn da? Machen wir die Brillen. Also, zerbrochene Brillen da rein. Schönen. Und dann die Sonnenblume einmal gegossen. Hier drüben ist noch nicht fertig, ne? Das hier muss noch gegossen werden, jep. Gießen, gießen, gießen. Dann füllen wir einmal noch nach. Und dann können wir hier unten unseren ganzen Spaß noch gießen. Und was auch immer hier noch so wächst, ne? Schauen wir mal. Pepperoni. Pepperoni, 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 Pepperoni. Sieben Stück. Die kann man halt auch sehr gut einlegen, wie man gesehen hat. Schauen wir mal, ob die auch was wert sind. Ich werde Shane noch mal eine geben. Schauen wir mal, ob wir Shane noch ein Geschenk geben können. Ne, das ist jetzt nicht so gut. Weil Shane mag die ja extrem gerne. Da lohnt sich das dann auch mal, ähm, dem wirklich das Geschenk zu geben. Müssen wir halt mal schauen. Pepperoni sind ja auch ein ganz tolles Geschenk. Ich meine, im Prinzip ist ja auch alles, äh, tolles Geschenk, was wir hier so anpflanzen können. Müssen wir halt nur schauen, für wen. So. Ist jetzt gerade Dienstag. Ich schaue mal kurz auf die Geschenkeliste. Wer hat denn schon und wer will nochmal? Also, wir haben viele Geschenke verteilt, aber noch bei keinem zweimal. Also, wir können noch jeden beschenken, den wir treffen. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich mit den Herzen jetzt aus? Ähm, drei bei Emily. Die anderen haben alle so zwei. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch... Nein, jetzt hör auf, den Zaun zu gießen. Der muss nicht nass werden. Meine Güte. Ach ja, das schafft der aber auch nie richtig, ne? Das wird der auch nie lernen. Das wird, bis wir die Sprinkler haben, nicht besser werden. Und irgendwann haben wir halt die Sprinkler und dann ist es egal. Aber besser wird das bestimmt nicht mehr. Besser wird das definitiv nicht mehr. So wie ich unseren Jebediah hier kenne. Mhm. Auf keinen Fall. So. Die letzten paar Ecken noch. Hier oben noch. Einmal da. Einmal da. Gut. Das wär's. Dann haben wir hier nochmal... Ups, so ein verfeinertes Quarz. Nochmal rein damit. Gut, gut. Also, dieses verfeinerte Quarz, das kriegt man eigentlich relativ hinterhergeschmissen, dann, wenn man diesen ganzen Müll hat. Da haben wir jetzt auch schon sechs Stück von. Äh, was kann ich denn aus Eisenbarren noch so craften eigentlich? Zapfhahn. Bring ihn dann in die... Ja, nee, das ist nicht... Das ist alles nicht so interessant für mich, was ich hier so hab. So, bevor ich Tiere hab, brauche ich zum Beispiel auch keine Mayonnaise-Maschine. Was macht der Schmelzofen? Mach deine Erz- und Kohle zu Metallbarren. Ja, das... Achso, das war der normale... Kohlebrennofen war der neue. Genau. Mach zehn Stück Holz zu einem Stück Kohle. Achso, ja, nee. Das ist eher uninteressant für mich. Erstmal. Später vielleicht. So, ich hätte jetzt gern noch ein bisschen neues Saatgut. Wird Shane gerne Peperoni schenken. Aber das machen wir wahrscheinlich erst heute Abend. Mani am besten noch, weil wir da unbedingt rein müssen. Wie sieht's denn bei Mani aus? Mani, Mani, Mani. Hat ein Herzchen. Also, da brauchen wir auch nur noch ein zweites. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, einmal kurz in den Städtel rein. Hallo. Frohes Stadtleben oder so. Na, wie geht's? Wie steht's uns heute? Neue Quest. Hallo. Ich brauche eine Edelwicke, um es auf mein wundes Knie zu reiben. Bitte komm schnell. Clint wird zufrieden sein. Okay, Clint. Ja, ich mach ja schon. Warte, ich hol meine Edelwicke. Da freut er sich. Das hätte ich mir auch ruhig mal früher sagen können. Ja, Emily, weil Clint ein Arschloch ist. Aber vielleicht auch Shane, weil er traurig ist und wir Mitleid haben. Das könnte auch passieren. Weil das ist ja auch der Arme. So eine Edelwicke brauche ich. Nein, nicht die Peperoni essen. Keine Peperoni essen. So, das ist die Edelwicke. Ja, da hab ich eine für Clint. Kann er haben. So. Heute machen wir unsere Gioten nicht auf, weil heute ist ein Scheißtag. Aber ich meine, Clint wird sich freuen, wenn ich ihm die Edelwicke gebe. Also passt das schon. So, dann laufen wir hier mal kurz durch die Stadt. Angeln dann vielleicht später noch ein bisschen. Ich muss nochmal auf den Geburtstagskalender gucken. Ich glaub, da hat nämlich bald mal wieder jemand. Was sollten wir immer im Hinterkopf behalten? Wer dann mal wann irgendwie dran ist? Ne, morgen hat nämlich Maru Geburtstag. Deswegen sollte ich dir ja kein zweites Geschenk mehr geben. Äh, hi Emily. Warte, Emily möchte ich ein Geschenk geben. Emily, hallo. Hallo Jeremiah, wie geht's? Ich fühl mich heute faul. Dann ist doch eine Peperoni. Danke. Ja, schön. Äh, so, hallo. Hey Abigail, magst du auch Peperon? Nein, 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 nein. Abigail, hi. Die Luft ist den ganzen Sommer durchzogen von Honig. Und Peperon. Was soll ich damit... Oh, die mag kein Peperon. Abigail wird nicht gedatet. Wer keinen Peperon mag, der wird ausgeschlossen. Hey, bleib hier, ich will mit dir reden. Hallo. Brauchst du etwas? Ich bin ein wenig... Ja, ich bin hier durch. Lass mich durch, lass mich... Danke. Hallo-la. Na? Ich habe in letzter Zeit Wildfrüchte im Wald gesehen. Magst du Peperoni? Oh, das ist sehr lieb. Dankeschön. Was ist denn jetzt hier hinten? Machen wir eine Tupper-Party oder lasst mich da bitte raus? Lasst mich raus, ich will nicht bei eurer Tupper-Party. Nein! Eingesperrt auf der Tupper-Party. Wenn du Gebäude auf deinem Gelände verbessern willst, frag mich einfach. Magst du Peperoni? Peperon? Oh, ich habe ja schon zwei Geschenke gegeben. Schade. Ah, das ist Mani. Perfekt. Bitte schön. Habe ich auch schon zwei Geschenke gegeben. Scheinbar. Ah, diese Peperoni ist aber weniger geworden. Danke, das sieht echt nett aus. Okay. Lass mich durch. Ich will nicht bei eurer Tupper-Party mitmachen. Ich habe Angst vor Tupper-Partys. Verdammt. Ein Damensport-Club. Ja, da will ich natürlich direkt mitmachen. Das ist doch eigentlich so meine Intention hier, bei einem Damensport-Club der Vorsitzende zu werden. Manche Leute haben sowas als Lebensziel, ne? Hallo, Julia. Arbeitet Shane heute? Kann man doch eigentlich sehen, indem ich hier mal hingucke. Shane, ja, Shane arbeitet. Das heißt, der wird hier irgendwo sein. Da ist er. Shane? Hier, bitte schön. Du räumst zwar ein, aber magst du Peperon? Wow, Jeremiah, woher wusstest du das? Ja, Shane. Ja, da kann ich dir verraten, woher ich das wusste. Peperon mag doch jeder. Jawollo. Peperoni sind auch echt lecker. Hi, Pam. Pam. Hi, Neuling. Wie geht denn das? Ja. Pam hat nämlich so eine Stimme. Pam ist nämlich eine ganz harte Frau. Ja, der muss das nämlich manchmal auch Zwiebeln nennen. Ja, die Pam-Nut ist schon eine besondere Dame. So, hi, Clint. Ich weiß, wir beide sind nicht so, aber hier hast du deine Edelwirke. Hi, Jeremiah. Edelwirke, genau das, was ich gesucht habe. Hier, deine Bezahlung. Dankeschön. Wenn du willst, dass ich deine Werkzeuge verbessere. Magst du auch, Peperon? Danke. Danke. Oh, natürlich musst du auch eine Gebühr bezahlen. Dafür, dass ich dir Peperoni schenke? Also, mit dem Clint wird das, glaube ich, nichts. Ne, also mit dem Clint wird das nichts. Ja, komm. Äh, laden. Ne, ne, das meine ich nicht. Werkzeug verbessern können wir mal machen. Also, wir könnten hier für 2000 Gold irgendwas verbessern. Stahlgießkanne für Eisenbarren. Ne, aber was ich zum Beispiel mal hätte, ist so ein Zerbrechen von Steinen. Ähm. Die bessere Spitzhacke. Ich will die nächsten Tage eigentlich nicht in die Mine, aber die bessere Spitzhacke schon zur... Hä? Achso, ich hab die Kupferbarren nicht dabei. Ha, 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 wie lustig. Äh. Wenn ich sie weitermache, bestellst du dir noch eine Peperoni-Pizza? Mach doch, die sind lecker. Kann man gut verantworten. Was haben wir denn hier? Müll. Wie schön. Na? Bisschen einer Eisdiele chillern hier? Oder wie sieht das aus? Wenn meine Haare bei den Ladies nicht gut ankommen würden, würde ich sie komplett abrasieren. Das schwöre ich dir. Ja, Alex, da sagst du was. Alex, der hat das Leben ausgefiggert. Der weiß ganz genau, wie das hier hinten läuft. Ne, hintenrum und vornerum ist beim Alex alles gleich. Lieferung, hier gibt's noch Geld vom Clint. Dankeschön. Auf zum Grund. Ja, Grund der Mine. Dann brauche ich die Shorts vom Bürgermeister. Dafür muss ich mich mit Marni anfreunden. Muss einen Hühnerstall bauen. Dafür brauche ich Geld. Ich wollte die Brücke am Strand reparieren. Ich hole dann mal ganz schnell mein Holz. Ich und mein Holz. Was zu Hause liegt. Aber, ich und mein Holz. Eine durchweichte Zeit. Wie schön. Noch mehr Müll. Hey, wer bist du denn? Oh hi, ist nett, dich wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Okay, Wiedersehen, Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Schuss, schuss. Schuss, schuss, sagt er. Ich soll mich verstehe. Ja, ich soll abhauen. Schnisch. Gar keinen Bock auf mich, der Junge. Arschloch. Wohnen hier die Kinder? Hallo Kinder. Kinder, Kinder. Keine Kinder. Ne, die sind ja tagsüber auch immer in der Schule, ne? In der Bibliothek. Da lernen die was fürs Leben. Nämlich, dass die Kuh, die macht Mu und da tun das, macht Gack. Dann wollen die bestimmt noch einen Trip auf meine Farm buchen irgendwann. Ich seh das schon kommen. Mit der besseren Spitzhacke können wir die Dinger hier weghauen. Das wär halt auch nicht so verkehrt. Ich werd, glaub ich, die Spitzhacke dann auch mal auf. Aber, ne, erst den Hühnerstall. Erst den Hühnerstall. Das ist immer so, Geld ist knapp, aber man weiß auch nicht, was man direkt machen. Und ich hab keine Saat gekauft. Ich trottel. Äh, genau. Ich wollt's aber mal mit dem Holz. Äh, wo ist er? Dapp. So. Denn dann, äh, kauf ich aber noch schnell Saat. Das schaffen wir, das kriegen wir noch hin. Dann kann ich noch was einpflanzen heute Abend, dass wir noch ein bisschen mehr Zeug haben. Irgendwas, was schnell geht. Am besten noch mehr Weizen. Ich denke, Weizen brauch ich auch. Äh, diese großen vier Felder, großen Steine, die zu fett sind, um sie jetzt wegzuhauen. Die kann ich wahrscheinlich mit der besseren Hacke dann weghauen, oder? Oder wie sieht das aus? Hallo, Herr Bürgermeister. Ich erledige alle meine Einkäufe hier, ja? Und Pierre? Manchmal gibt's neue Gegenstände, ja? Hallo, Pierre. Ich würde gerne was kaufen, und zwar Weizensaat. Gib mir mal 30 Stück, das ist ja gar nicht teuer. So, äh, was haben wir noch? Also nichts, was länger zum Wachsen braucht, das lohnt sich jetzt hier nicht. Äh, Tomatensaat kann mehrmals geerntet werden. Zwölf Tage für Melonen. Melonen, habt ihr gesagt, sind gut zwölf Tage, haben wir im Sommer noch. Dann nehme ich da nochmal 15 Stück von. Gut. Dann haben wir noch genug Saat, da haben wir noch Geld. Wir kommen irgendwann auf die 4000. Ich schwöre euch das, irgendwann schaffen wir das. Wenn auch nicht mehr dieses Let's Play oder so. Eines Tages eine Höhlenkarotte habe ich gefunden, nicht schlecht. Hallo, Herr Wirt. Wenn nichts wird, 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 sagt man. Können Sie das bestätigen? Bitte ins Mikro reden. Hoi, bitte entspann dich, ja? Entschuldigung. Ja, bitte, bitte. Äh, mag der Höhlen... Ich will ihm jetzt keine Höhlenkarotte geben. Die Dinger sind geil, und ich gebe die ihm nicht, damit er dann sagt, oh ja, schau, ich will gleich wieder ein Herz verloren haben. Nee, nee. Ich brauche die Stahlhacke. Ach, Mensch, ja. Stahlhacke, ne? Kupferhacke. Wofür willst du die denn? Das bringt doch gar nichts. Du brauchst die Stahlhacke. Kann ich direkt das Stahlhacken-Upgrade kaufen, oder muss ich die Kupferhacke so als Zwischenschritt kaufen? Wahrscheinlich, ne? Habe ich gar keine Wahl. Mehr Saat braucht das Land. Ja, ich habe genug Saat. Das ist doch schon gut. Was haben wir hier, ne? Ne Mupfel, ne Auster. Einmal reparieren, bitte. Jawollo. Das macht der Jeremiah doch mit zwei Hammerschlägen. Ne, gießen ist anstrengend, aber das hier geht easy. Haben wir eine Koralle gefunden. Was gibt es denn hier drüben noch? Oh, da ist nochmal was zum Sammeln. Venusmuschel. Also hier kann man wahrscheinlich viel Zeug sammeln, hier unten. Oh ja, Korallen. Eine Menge Korallen. Ziemlich Korall hier. Und eine Regenbogenmuschel oder sowas. Ja, Regenbogenmuschel heißt sogar so. Dann kann man hier unten wahrscheinlich richtig schön angeln, an diesem Steg. Machen wir mal. Schauen, was es hier so für Fische gibt. Hier gibt es dann bestimmt die Octopusens. Ja, der Clint ist ein knallharter Geschäftspartner. Das kannst du nicht anders sagen. Der hat auch gar keinen Bock auf mich. Da gibt es Lego-Fisch. Ja, den will ich. Gib mir den Lego-Fisch. Das ist kein Fisch, das ist Seetan, Chris. Du hast mich angelogen. Gleich gebannt. Kann mal irgendwer Chris bannen aus dem Chat, das ist nicht in Ordnung. Hat mich einfach eiskalt angelogen. Und ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm in meiner Seele geglaubt, dass er mir sagt, gibt es guten Fisch. Und was kriege ich? Schönen Seetan. Also deswegen fange ich sowas nicht. Die gibt es nur morgens nach der Tageszeit. Aber scheiße. Dann muss ich meine Routine eher anpassen. Na gut. Manchmal sei dem so, ne? Dann kommen wir morgen halt früher her. Weil morgen hat doch irgendwer Geburtstag, dem ich noch ein Geschenk geben möchte, ne? Wer ist denn das? Wer war denn das morgen? Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Hätte den Schatz vielleicht mitnehmen sollen. Aber was soll's? Da habe ich eine Rotbarbe gefangen. Wer hatte morgens Geburtstag? Wenn man Reis kriegen könnte, kann man sich ein Sushi-Menü zusammenbauen. Ja, könnte man. Machen wir aber nicht, ne? Hm. Wer hatte jetzt Geburtstag morgen? Ich habe das jetzt nicht im Kopf gehabt. Maru. Maru hat Geburtstag. Da müssen wir nur in die Klinik gehen. Da ist die ja dann wahrscheinlich und arbeitet. Die mag ja einfach so Gemüse, wenn ich ihr das mitbringe. Dann bringe ich ihr einfach irgendwas an Gemüse. Wobei, kann mir irgendwer sagen, was Maru richtig gern mag? Ob ich da rankommen könnte? Haben wir da irgendwie eine Möglichkeit? Seetang. Vielleicht so eine Auster, wie die, die ich gerade gefunden habe. Das finde ich bestimmt richtig klasse. Austern. Das ist doch das, was uns, was uns, was uns richtig glücklich macht. Ja, ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Noch mehr Seetang. Das ist eine Scheißstelle, Chris. Hast mich angelogen. Blumenkohl. Ich habe keinen Blumenkohl mehr. Den habe ich eingelegt. Diamanten. Vor allem Blumenkohl, Diamanten und so weiter. Als wenn Blumenkohl mit Diamanten in irgendeinem Kontext in einem Wortlaut genannt werden sollte. Ja, also bei uns beim Juwelieren, ne, machen wir auf unseren Ringen nur die feinsten Edelsteine. Amethysten, Topaze, Diamanten und Blumenkohl. Ich hänge da oben so eine kleine rose Blumenkohle an deinem Ring. Ey! Was? Ey! Fisch! Benimm dich! Ey! Was ist das? Das ist bestimmt wieder so eine Superseegurke. Der will mich doch verarschen. Ach! Ne, ich gehe jetzt. Scheißstelle. Hier angel ich nicht mehr. Kacke ist es. Und dafür repariere ich hier eine Brücke. 500 Holz. Eigentlich nur 300. Oh, Würmer. Würmer. Glasscherben. Und noch so ein Buch. Hm, was mache ich denn mit Glasscherben? Ach, Gunther will Glasscherben in seinem Museum. Der Gunther ist auch so der besoffenste und abgeranztete Typ, den es hier gibt. Der sitzt da in seinem Ding und du bringst dem sonst was dabei. So ein versteinerten Hasenköttel und der freut sich auch noch darüber. Was ist denn mit dem nicht richtig? Also, nichts gegen alle Leute aus Stardew Valley. Das sind ja alles irgendwie ganz normale Leute mit ihren eigenen Problemen. Aber der Gunther? Ne. Der nicht. Der ist einfach nur richtig abgeranzt. Eisenbarren, ja. Hab jetzt endlich mal einen hergestellt und ich will den gleich haben. Ne, die kriegt ein Radieschen zum Geburtstag und das war's. Pech gehabt. So. Ansage ist raus. So, zurück zur Farm. Ich geh jetzt weinen. Ich geh jetzt noch mein Zeug einpflanzen und dann geh ich weinen. So. Der Gunther ist ein kinky Fucker. Ja, ja. Völlig, völlig richtig. Ach, hier kann ich noch ein bisschen Heu nehmen, ne. Wenn ich das jetzt ein bisschen abhacke, krieg ich Heu für meine Hühner später. Wollen die überhaupt Heu haben? Ich weiß nicht. Ach, egal. Die kriegen Heu, ob die das wollen oder nicht. Ist mir doch egal. Die kriegen das. So. Hier müssen wir dann nochmal gießen. Machen wir mal richtig schön den Boden feucht. Da freuen sie sich. Dann pflanze ich hier noch die ganzen Melonen ein. So. Melonschen. Melololololonen. Und... 7 Stück habe ich noch. Zehn wir mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagerfeuer. Du musst jetzt weichen. 7. Melololonen. Nein, da haben wir schon gegossen. Ich esse die Pflanzen sterben, weil ich sie zweimal gegossen habe. Stellt euch mal vor, das wäre eine Mechanik in dem Spiel. Wenn man Pflanzen zweimal gießt, gehen die ein. Ich wäre so gekniffen. Ich hätte keine Möglichkeit, das hier mal anständig zu machen. Wo ist eigentlich mein Lagerfeuer hin? Ist das jetzt im Inventar da? Das will ich schon irgendwo haben. Ja, vielleicht nicht so mitten im Beet. Lagerfeuer kommt auf den Parkplatz. Habe ich eigentlich... Mach mal an da. Habe ich die gegossen? Ja, okay. Äh, das ist fertig. Dann einfach den normalen Müller mal rein. Okay. Äh, genau. Die arbeiten noch. Dann kann ich hier oben noch mehr Weizen anpflanzen. Wie viel habe ich 30? Ja, Mensch. Dann machen wir das mal. Äh, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Erschöpft. Gut, das ist nicht so... Also gut ist das nicht, aber... Äh, genau. Dann mach hier schon mal so, 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 so. Alles Weizen rein. Gut. Dann gieß ich das schon mal. Ich glaube, Rest pflanze ich dann einfach morgen nochmal frisch an. Wo er wieder Energie hat. Weil ich möchte den jetzt nicht noch überanspruchen. Ja, oh, das war Eisenerz. Nicht schlecht. Äh, das dann nochmal rein. Haben wir jetzt nicht wieder genug Eisenerz für noch einen weiteren Eisenbarren? Den kriegt Maru übrigens trotzdem nicht. Außerdem fehlt noch einer. Äh, so. Das da rein, 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 rein. Stock. Nee, Stock ist eher Müll. Äh, kommt in die Müllkiste. Ähm, genau. So, das hier ist die Müllkiste. Da kommen halt auch die ganzen Muscheln und sowas rein. Weil die Muscheln halt eher zu Fisch sollten, finde ich. Genau. Koralle auch. Äh, seetang nicht. Das ist Müll. Das ist ein Artefakt. Das ist Müll. Genau. Höhlenkarotten sollte ich hier mit reintun. Wobei, die hab ich in dem anderen Ding auch. Ich sollte meine Ordnung hier mal ein bisschen verbessern. Aber was soll ich so. Hier das alles an Fisch. Und seetang und Korallen und so'n Spaß. Alles hier mal rein. Dann die Weizensaat. Äh, die pflanze ich morgen an. Genauso wie ich das hier morgen zugunter bringe. Und wenn unser Tag gut ist, brauche ich den Rest auch noch. Ach. Ja, jetzt muss ich eh ins Bett. So. Es ist 24 Uhr. Aber damit auf jeden Fall. Hi, Schnorbert. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen für alle auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ähm, wir schauen noch mal kurz, was sich hier noch ergibt, bevor wir, ähm, ausblenden. Vielleicht haben wir noch irgendwas Schönes gekriegt. Nö. Damit bis zum nächsten Mal. Dann machen wir dann weiter. Heute ist der Geburtstag von Maru. Da schauen wir mal, was wir dann machen. Zu Gunther müssen wir auch. Wir haben einiges zu tun. Und ich muss noch Oktopusse angeln. Aber das dann erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Euer True Tüdelü. Und ja. Im Stream machen wir auch was anderes.